Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ob's gestern gewesen wäre. Jeden Morgen kam der kleine Hitler zu mir in den Laden, um sich sein Bonbon abzuholen. Na, wie geht's dem kleinen Hitler? Na, 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 so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. So geht das. Hier. Wie sagt man? Arschloch! 40 Jahre später kam er immer noch in meinen Laden. Na, wie geht's denn unserem kleinen Hitler? Na, 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 so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. So geht das. Hier. Wie sagt man? Genau. He, 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 he.